Oh, ist das meine Bestellung, Herr Barkeeper? Nein. Dann, aber das steht, ich soll. Scheiße, haben wir zwei oder drei? Haben wir zwei oder drei? Äh, drei oder vier? Wo ist meine Puzzle-Quest? Geil, Diamant. Das ist die beste Task hier, Holla. Welche? Finde den Fehler. Nee, finde den Fehler ist die beste. Welche ist das? Da sind zwei Bilder nebeneinander und bei einem ist zum Beispiel die Augenfarbe anders oder so. Nee, die haben wir noch nie gemacht. Das ist die beste Task. Ey. Ja. Ich hab gehört, Holla macht Quatsch. Lama geht. Quatsch oder Quatsch? Du Quatsch. In der Kirche wird nicht getötet. Und eine Quattroformarsch-Pizza-Ger... Das hört sich an wie die Liebschaft. Oh, hier musst du doch eine, oder? Ja, hier muss es bestimmt eine. Ich hab meine große Liebe gefunden. Wo ist deine große Liebe? Wir sind ja alle hier auf dem Platz. Gefährlich. Hallo. Das ist gut. Feuer! Oh, oh. Wir sollten mal... Das Problem ist, es ist gleich... Wie, 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 wie. Wir müssen uns geportet. Wer da reingeht, stürmt. Ich traue mich nicht. Wir müssen gleich mal Ringeldingel. Ja. Ja, der... Nein, Dalu, geh weg. Ich weiß, dass du es bist. Ich bin es nicht. Ich muss zum Alarm. Ich muss zum Alarms. Ich muss zum Alarmknechti. Franzi, dich. Ich? Was? Wer ist da gerade reingelaufen? Nee, nee, nee. Scheiße. Nee, nee. Dalu hat gerade Nefi abgestochen. Nein. Im Feuer. Das hab ich auch gesehen. Nech, die Lüge. Das warst doch du, Knecht. Nein, das warst du nicht. Das warst du safe. Nee, nee, das war Dalu. Nein, das war ich nicht. Die Leiche lag da schon, als wir reinkommen. Nein, kann sie nicht. Hundertprozentig. Franzi, die Leiche lag genau neben dir. Sag wenigstens, dass die Leiche... Ich sag mal so, Nefi ging vor mir rein, Knechti ging nach mir rein. Ja, Moment, dann kann das doch Knechti gewesen sein. Ja, aber du hast drunter schon gewartet. Nein, ich kam nach Knechti rein. Knechti hat gesagt, Dalu, lauf mir nicht hinterher. Ja, weil ich nicht sehen wollte, weil du nicht sehen solltest, wie ich töte. Also, Nefi Kanadier, nur mal so nebenbei. Moment, Franzi hat gerade gesagt, die Leiche lag da schon. Ja, ja, da lag wirklich die Leiche. Ich wollte aber erst das Feuer löschen. Nee, nee, okay, Franzi und Dalu. Ja, aber dann würde ich Franzi noch nicht beschuldigen. Ja, aber dann, du warst es, Dalu. Nein! Er ist Kanadier gewesen. Kann nicht sein. Knechti sieht aus wie ein Kanadier. Also, die Leiche lag auf jeden Fall schon da, als ich reinkam. Und ich hab eigentlich reportet, weil ich am Ende noch gesehen, dass Franzi drauf ist, aber eigentlich dachte ich, Knechti wollte killen. Aber ich dachte eigentlich, Knechti wollte mich killen. Und was ist mit Holla? Ja, ich hab Nefi erwischt. Mh, nee, 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 wirst du nicht. Was? Scheiße, Knechti. Schossen. Das war zu offensichtlich, den Dodo bespielt. Was? Nein, der wird nicht Dodo gewesen sein, dann hätte er mich auch... Natürlich war der Dodo. Ich glaub, der hat sich vergessen. Und dann hat er doch abgekriegt, der weiß es. Ich glaub, er hat sich vergessen. Ich wollte... Ja, ich glaub... Aber wen soll er jetzt gegessen haben? Ja, einfach auf Franzi oder auf mich, weil wir uns gegenseitig... Der hat sich in letzter Zeit auch komisch gegleitet. Er ist aus wie ein Franzi. Genau, genau. Da konnte doch gar keiner drüber nachdenken. Außer da du warst, da du denkst so schnell. Oder ist es jemand, der nicht denkt, wenn er zu mir tut? Ich glaube, er ist... Also gerade für die... Was war er? Und was zur Hölle war das? Was war das? Hallo? Warst du das? Nein. Nein? Nein. Wie soll Franzi das denn geschafft haben? Ich hab keine Ahnung. Was ist nein? Franzi. Wie, wie, was ist nein? Wie hast du das gemacht? Er hat mir vorher gesagt, dass er Dodo ist. Ich böse bin. Ich glaub dir, Alter. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gehört. Glaubst du mir, dass ich lieb bin? Er ist nicht böse, sagt Alter. Komm, sie ist alleine in der dunklen Gasse. Komm, lass uns hier warten. Hallo, Neo. Wer? Aua, nein, 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 nein. Okay, okay, Team. Ja. Polizei, Polizei. Wir waren's nicht. Wir waren die ganze Nacht woanders. Ach du, what? Lover? Okay. Da wurde einmal auf cooldown. Also ein Lover muss er fast... Moment, wie viele sind denn tot? Eins, zwei, zwei. Also auf einer Stelle. Vier? Also Holla und Nefi waren letzte Runde nur tot. Das sind Julie, Neo, Gipi und Gipi. Ach, das stimmt. Nefi, Mutter, Erschossen. Knechti, Nefi und Holla, erste Runde. Das heißt, jetzt Andy, Gipi, Julie? Ja. Ja, das haben wir auch. Drei. Also links neben dem Prison oder unterhalb davon liegen genau auf einer Stelle Gipi und Neo. Also liegen wirklich übereinander, beide tot. Oh, wirklich? Aber ich weiß nicht, wie lange der Kill schon her ist. Ich hab niemanden gesehen auf dem Weg dahin. Es ist... Sollen wir das try halten? Und da kam auch keine... Keiner entgegen oder so. Was? Wir können gewinnen. Franzi, Kunz, an das Lover. Und... Nein! Hä? Ja, ich kann's nicht... Oh, schade. Was? Ich hab's auch noch voten. Oh. Oh. Ich kann noch voten, denn noch? Ja, kann man hier. Wow. Oh, das ist ja doof. Wow. Wow. Ich hab dir vertraut, Items. Es tut mir leid, aber wir mussten viele Leid machen. Beim nächsten Mal sagen wir Items einfach direkt an, wenn er sich vor uns zu erkennen geht. Ich hab quasi auch vertraut. Ich hab's mir auch vertraut. Und du machst mich einfach nicht. Das ist ein Überfall. Verrat's niemandem. Gib mir das Geld. Maxi? Nein. Nicht schon wieder. Ich war gerade schon... Ich hab grad die Bank ausgerüstet. Was ist das? Guten Tag. Hinter uns wurden die Türen geschlossen. Ist das schlecht für mich? Für dich nicht. Für mich, wenn höchstens. Man kann die Tür... Kann ich die öffnen? Ich hab keine Ahnung. Mach doch... Wie lange ist das? Ich glaube nicht, aber das ist auch noch eine Zeit. Ja. 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 Oh, ist das meine Bestellung, Herr Barkeeper? Nein. Dann... Aber das stetig soll. Das stetig soll die Mitten. Dann hau ich eher so ein paar Kakelaken. Was? Hier ist ein Kakelaken? Ja, Ameisen. Was steht der denn hier überhaupt? Das haben sie gut verbessert. Was macht der noch zu essen hier? Bam, bam. Was ist denn hier los? Ich mach Ameisen platt. Oh, weiß ich nicht. Ich kann sie aus auf dem Mensch. Oh, guck. Oh, was? Du schon wieder. Ah, Mino will ich auch nicht. Was soll die Kacke mit den Türen? Ja, die Türen sind so nervig. Dann, Gibi, da ging die Türen nicht schnell genug zu, oder? Weiß nicht. Wo ist hier drin? Gibi war den Großteil der Runde mit mir zusammen unterwegs. Gibi ist fein. Danach habe ich mich neben Holler gestellt, ja. War Holler denn auch mit im Pub? Wir waren beide nicht im Pub. Wir waren beide nicht im Pub. Liegt die Leiche im Pub oder draußen? Im Restaurant liegt sie. Es gibt ein Restaurant. Wer in der Ameisen serviert. Du meinst die Kneipe? Also ich war da nicht drin. Für Knecht ist das ein Restaurant. Können wir bitte Knechti voten dafür, dass ich in französische Begriffskreiten reinwerfen will? Wer versucht es? Kannst du mich bitte Knechti nennen? Knechti. Ich bin von einem weggelaufen, nach oben, und habe dort Holler gesehen, wie die am Hammer standen, und gefragt, was hier da so rumsteht. Ich glaube, sie böse Sachen macht. Holler macht böse Sachen? Holler hat, glaube ich, nichts gemacht. Ich habe es öfter gesehen. Ich habe immer aus irgendeiner dunklen Ecke und da war nichts. Und denkst du, wer böse Sachen macht? Ich weiß, wer böse Sachen macht. Du? Ja, du. Nee. Warum siehst du ohne Namen? Nee. Also ich bin, wie gesagt, ich bin ins Restaurant gekommen und habe dort den toten Maxi gefunden. Was musst du sabotieren, um Türen zuzumachen? Das Messer unten rechts in der Ecke. Erschießung. Da war das Baguette zu hart. Restaurant. Auf was wurde er gewählt? Auf Kanadien. Auf Kanadien. Was anderes kannst du ihn doch in dem Fall nicht holen. Auf Kanadien, Mr. Restaurant. Wie sagt er, er ist aus Frankreich? Er war ein Restaurant. Ja, aber in Kanada spricht man auch ganz hültig. Wenn er wieder aufmodet worden wäre, hätten wir wieder verloren. Er hatte keine andere Wahl. Aber warum sind Andi und Mino da so mitgegangen? Warum werde ich verfolgt? Weiß ich nicht. Hier darf man nicht. Ist das vielleicht so ein Gefühl? Was bist du denn? Nein. Hallo. Ich kann dich erst prüfen, nachdem du wen getötet hast. Ach so, okay. Dann kommst du wieder. Mino? Ich muss pegen. Warum denken Andi und du, dass ich böse bin? Was ist Kunra? Hast du dich mal in Spiegel geguckt? Ich habe tote Menschen gesehen. Ich glaube noch nicht mal, dass du wirklich ein Spiegelbild hast. Morphling? Morphling oder nicht? Ja. Okay, wann, wo? Soll ich? Ich kann wen checken. Kann einer rausfinden, ob schon wer tot ist? Kannst du echt, Mino? Das will ich nicht. Nee, ich kann... Ist einer tot? Ja. Ja, ja. Warte. Julie war es nicht. Okay. Wie viele sind tot? Noch einer. Sie hatte eben eine Baguette dabei. Da kommt Holla. Drei. Drei? Hey, ich wollte es sagen. Drei? Wie? Wieso? Wann? Insgesamt? Moment. Und wie viele waren? So zwei sind jetzt getotet. Eben waren zwei, stimmt. Ja, theoretisch sogar drei, oder? Also ich weiß nicht, ob Franz hier als tot gilt. Nee, weil wir sind 13. Ja, aber Moment. Aber dann standen wir doch, dann standen wir doch trotzdem hier erstmal zu viel. Wie viel? Zwei sind auf alle Fälle, zwei sind schon tot jetzt in dieser Runde. Zwei waren aber davor ja schon. Das müssen wir doch eigentlich relativ easy rausfinden. Guck nochmal. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, jetzt ist es schon fünf. Hä, aber fünf von wie viel? Zwölf. Also das heißt, okay, fünf von zwölf heißt, Franzi zählt nicht mit rein. Sechs, neun. Wann soll das denn passieren? Du lügst doch. Weiß ich nicht, alle. Ich lüge nicht. Wo soll das denn sein? Wo soll das denn sein? Hier. Hier. Da ist einer. Glaubst du mir jetzt? Äh, ja. Ja. Toll. Sind die denn alle böse? Das sieht nicht gut aus. Ja. Ja, sieht tatsächlich nicht so gut aus für uns. Das machen wir jetzt. Warte, Moment. Wir hatten Hollerwahn mit dabei, als noch wie viel gestorben sind drei Leute. Mino hat das immer gecallt. Julie hatte zu dem ersten Mal vom Kein gekehlt. Julie stand oben bei uns. Ja, Julie stand oben. Also Andi oder Nephi. Andi oder Nephi. Oder beide. Oder das. Oder wahrscheinlich beide. Ja. Tut Andi jetzt auf Geseilen? Tut Nephi auch auf Geseilen? Sag mal jeder was. Hallo. Nephi, sag mal was. Nivo. Jetzt gehen die beide mit Absicht. Ja, die sagen. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, hey, Andi. Gutes Kustak. Und Nephi? Was kannst du zu hören? Was kann ich euch erzählen? Nephi? Auf welchem Buch kann ich euch was vorlesen? Erzählen von welchem. Okay, ich finde, Andi hat aber wenigstens gut geredet. Wollte wir dann Nephi erst oder erst Andi? Ja. Also, ich sag mal so. Also, wenn ihr wissen wollt, wer ich bin. Ich bin der Typ, der euch aus dem Knast holt. Ich wurde zuerst Nephi, weil er wurde bestimmt nicht geseilen. Nephi, ich skippe dich, Kuss. Ja, der Faken muss halt skippen, ne? Blödglauven, Nio. Andi hat nicht geskippt. Ist er Dodo? Kann gar nicht. Wir müssen ja beide gekillt haben. Ja. Eigentlich schon, wenn so viele tot sind. Schade, ging nicht mehr. Du Killer. Du bist es, du kleiner Schlingel. Wir waren wirklich... Was wissen du? Du bist es. Was wissen denn? Ich bin der, der dich aus dem Knast holt. Wer ist das? Wie heißt deine Rolle? Komm, drück doch. Drück doch einfach. Drück. Okay. Mach. Nee, du bist gleich dein Countdown ready. Dann rück ich. Okay. Ja, Andi, ich hab für dich gedrückt. Ja? Perfekt. Ich hatte nämlich Angst vor dir. Deswegen wollte ich nicht drücken. Ich hatte nämlich noch sechs Sekunden Cooldown. Sechs Sekunden Cooldown auf was? Ja, da läuft ne Zeit runter bei der Glocke. Du kannst nicht instant drücken. Das stimmt. Und guck mal, ich hab jetzt für dich gedrückt. Was willst du uns jetzt sagen? Ich will sagen, dass Dalu es ist. Warum soll ich dann drücken? Dalu, wir wissen, dass du... Weil du, äh, 5-Head bist. Ich bin, also... Aber weil ich 7-Head bin... Ja, weil, Mr. 7-Head, ich hab meine Rolle aber schon revealed. Hast du das? Ja. Ja, hat er. Und das würde sogar passen. Er hat's mehrfach bewiesen. Ja, Dalu kann aber auch... Kann ich mehr schießen? Das wisst ihr alle. Das ist so ärgerlich. Ich flieg noch raus. Ich flieg noch raus. Immer der, der fragt. Nein, wahrscheinlich nicht. Ach, Mann. Also... Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, ne? Also, was hat Dalu denn revealed, was er ist? Nein, nein, nicht sagen. Nein, 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 nein. Nicht sagen. Er sagt nie, was er ist. Das ist wahre. Ja, Andi, sorry. Ich glaub dir nicht, Dalu. Andi. Ja, tut mir leid, Andi. Ihr könnt mich gerne voten. Ich bin aber der, der euch in Notfall aus dem Knast holt. Aber ich glaub immer noch, dass es Dalu ist. Aber Holla ist auch ganz schön still. Aber Holla kann ich nicht zutrauen, weil ich dich schon dreimal gesehen habe. Na, Holla war dabei. Aber es ist kein Problem. Ey, ich vote mich selber. Alles gut. Mino, es ist nicht Dalu. Ich vote mich selber. Ich vote mich selber. Danke für diese tolle Runde. Es gibt's, wolltest du sagen. Er ist nicht Dodo. Nee. Bist du... Nee, Lava funktioniert auch nicht mehr. Du kannst gar nicht so... Du bist nicht Dodo. Ja, ich hab bei einem anderen Impostor-Kollegen gesagt, der hat noch nicht getötet. Ja, gut, das ist am Anfang gemacht. Aber wie habt ihr denn so viele gekillt? Die anderen haben gekillt. Ich hab gar keinen gekillt. Von Lava. Ich hab nichts gekillt. Die haben immer niemanden gekillt. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaub, ich hab nur einen gekillt. Ich, Andi, ich wollte am Ende die Glocke drücken, um zu schießen, aber ich hatte keinen Schuss mehr. Loll. Okay, viel Zeit. Ich denk, ichías ganz gut.